gut moin moin herzlich willkommen zu einem weiteren video am freitag 23 september denkt dran in zwei monaten haben wir messe nur mal so als vorgeschmackt schon mal heute habe ich mir Milwaukee ausgesucht ich kann ja nicht immer nur mal Kita zeigen den haben wir bereits seit einem jahr schon so im programm den kennt ihr ja im grunde auch aber seit kurzem haben wir uns so eine sache selbst gestrickt da seht ihr auch gleich im anschluss ihr bekommt fünf pakete nägel ihr könnt aussuchen 63 80er 90er ist ganz egal oder drei pakete nägel entweder drei pakete für 885 oder fünf pakete für 995 das finde ich ein schnäppchen also das gerät ja kurz erklärt ihr macht es hinten an ihr könnt wählen durch diesen modi ob einzelnauslösung oder kontaktauslösung 700 schuss mit dem akku das kennt ihr auch schon nase ist mit bei ihr braucht kein kabel mehr ihr braucht kein gas mehr das ist ja bekanntlicherweise richtig teuer geworden nägel kosten echt nicht mehr viel das sind primär nägel die wir damit beigepackt haben ja gut klar das ding packt ja auch in eure dachlade das kennt ihr ja alles zum markt natürlich da wird das ding auch nicht günstiger also ihr könnt jetzt ruhig loslegen und das kaufen und das war's für heute schönes wochenende